Hahahaha 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 Wird auf deinem Twitch Kanal Also läuft da dein Street Oder siehst du nur einen schwarzen Bildschirm Also man sieht den Stream, das ist ja schon mal gut Ähm Oh Bruder, bist du echt gedashed gerade? Fuck, wenn ich irgendwas treffen würde Wäre ja schon längst tot Keine Ahnung was der sich gerade gedacht hat Da alle seine Abilities Zu opfern, also damit ich ihn dann killen kann Nice Man sieht nicht deinen Stream, okay Was kommt da dann? Hast du deinen Twitch Kanal Key bei OBS reingeschrieben? Hast du bei OBS ausgewählt, dass du über Twitch streamst? Hast du die Plattform ausgewählt? I'm the great An enemy has been slain You are fabulous Be careful, right? So dash der Digga So dash dieser Bruder Bist du auf der PS4? Okay Hast du dir ein Tutorial angeschaut, wie man mit der PS4 streamt? Weil von der PS4 habe ich leider danach wieder keine Ahnung Aber bei der PS4 musst du normalerweise den Key auch eingeben So weit ich weiß, oder? So weit ich weiß, oder? Egal, ich habe ihn trotzdem bekommen Muss man auf der PS4 auch einen Key eingeben? Und da muss man ja auch irgendwie, äh Zeigen, dass du auf Twitch streamst, weil irgendwie musst du es ja auf deinen Twitch Kanal trotzdem zugreifen An enemy has been slain An enemy has been slain Also ich würde es mal nochmal mit einem Tutorial machen Vielleicht hast du irgendwas vergessen? Weil das weiß ich jetzt halt auch nicht, weil ich nicht auf PS4 stream Vielleicht hast du irgendwas Wichtiges vergessen, weißt? Bruder bitte mit Dash Oh Gott Ich bin jetzt mal Cupid ist OP, Digga. Okay. Bruder, dann weiß ich es leider auch nicht. Ich stream nicht auf der PS4, deswegen kann ich dir gerade echt schwer helfen. Ich würde mir ein Tutorial reinziehen. Bei einem Tutorial weißt du dann am ehesten, ob du wirklich irgendwas falsch gemacht hast. Wer ist am Rechner? Könnte ich dir wenigstens irgendwie helfen. Alter, neister Damage. Alles klar, Mann. Ja, sorry. Ich kenne mich da leider bei PS4 wenig aus. Aber wir haben auch schon mit Dino auf der PS4 gestreamt. Also wir haben ganz normal in Option den Key rein gemacht von unserem Twitch-Kanal. Und dann ging es eigentlich. Bruder, Agri, dann will ich nochmal sterben. Schade. Ich dachte, der kommt rein. Ich will noch nicht backen. Ich will meine Boots erstmal. Ähm, ich bin tot. Nehme ich wenigstens den Harpy hier mit. Ich bin tot, ich bin tot. Die Anruhe geht aber auch gut ab, du. Das schreit nach einem Midtower. Das schreit nach einem Kaiser. Also, die sollten eigentlich tot sein. Nur... Wie Danu. Ja, man, versuch's mal. Schau auf jeden Fall auch auf YouClipDigi. Vielleicht findest du da was brauchbares. Ähm, die Gegner werden irgendwie auseinandergenommen, Alter. Okay. Hallo, Jule. Also, das scheint doch ein gutes Cupid-Gameplay zu werden. Links geht's aber fett drauf, die Dinger. Where is my pillar up my ass? Warte, ich hab gleich Ulti. Komm zu mir, Bruder. Habe ich ihn erwischt? Fett Party-Dinger! Nein, Alter! Da wären unsere Team-Mitglieder hier gewesen, Mann. Jule, ich hab grad Musik sowieso aus, wegen dem Cupid-Game hier. Ich glaub, das wird ein gutes Game. Und danach ist wieder Musik drin. Danach können wir's gerne wieder weitermachen. Du kannst ja schon mal was in die Q tun. Dann kommt das ja so wieder. Ja, das wird eigentlich ein easy Game, außer wir thronen das. Was meistens so das Problem ist. Aber Leute, versucht mal... Versuch mal Cupid mitleihen, Alter. Der Scheiß ist broken. Ey, Dinos! Geht! Okay, oh shit, ich muss ihn nicht mitleihen. Das ist ein Video. Hörst mich nicht bei mir ist, oder? Du bist wie hier. Geht! Ihr Team! Ihr Reiはいli Bock habt! Der Ultimate ist bereit. Man wird das Team gesammelt. Ich bin hier. Fuck. Er sollte tot sein. Glaube ich. Fuck, Digga, der ist nicht tot. Ich glaube es ja nicht. Digga. Die sind zu mobil, diese Hunde. Versuch mal Susano oder Sir Cat zu erwischen. Ich gehe nach links. Oh, jetzt fängt das mit dem Duell schon wieder an, Alter. Ja, Dino, du sitzt auf 24-7 in der Shisha-Bar, Bruder. Schon ganz zu Hause. Ein unverfortunteres Ergebnis. Das ist zu schlecht. Eine entscheidende Behandlung. Was? Alter, der ist gerade gut gemacht. Nein. Alter. Mach, wir machen mal wieder irgendeine Scheiße gerade. Hab gehört, ich brauch Blink. Mann, Sir Cat Support ist echt nervig, Alter. Warte, Sir Cat Jungle, Digga, man. Ach so, das ist Susano Solo. So, ich bleib jetzt bei Achilles. Die Sir Cat Pack, also Easy Gold Fury. Nein, wer hat mich erwischt, der Hund? Oh, der wurde gerade gefickt. Nein, der Ahnung sollte lieber in die Mitte hin kommen, Alter. Bruder, ich kann dir nicht denken. 합니다. Bro. Alter, wir vernichten die, Digger. Oh, fuck. Oh, nee, Digger, was? Wieso? Die ultet mich jetzt, dein Ernst. Oh, warte, die hat mich in die... Alter, die hat mich in alle reingeultet. Okay, die ist gut. Ich dachte, die war das Ultet, dem ich habe, noch fünf Leben. Ja, Digger, als ob wir beenden, Gott, Schilder erleben. Irgendwie habe ich Bock auf Crit zu gehen. Fail not. Ja, fail not, wenn ich nicht schlafe. Digger, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was im Chat abgeht. Aber ich sehe nur hier, Duell da, Roulette da, ich weiß nicht mal. Falls jemand etwas Wichtiges geschrieben hat, habe ich es safe nicht mitbekommen. Wir haben zwei Phoenixe bekommen, ich habe es nicht mal... Digger, wann? Wer hat denn den rechten Phoenix? Ja, das ist ja, ich habe es gut. Wichtiges, meine Linken! nein heißt der achlis hat sie bekommen keine ahnung ob ich den bekomme, nein im leben nicht natürlich, ich habe keinen dash also minions kommen gerade mit der mitte durch deswegen scheißegal die wollen dass ich sterbe was nun ja nice ja dicker gutes game alter ich habe zwar jetzt nicht abgeräumt aber wer hat beste leben genommen gerade fickt euch, fickt euch fickt euch von herzen, fickt euch diese worte sind für uns von großer bedeutung sie helfen uns das auszudrücken was wir als firma anders sehen als andere if es u sie ein Vielen Dank.